Okidok, dann mal ab ins Stargate. Am einfachsten kommen wir da hin, wenn wir unten in die Kanalisation gehen. Also hier? Jo, hier schaut gut aus. Also wir müssen nach links. Können erstmal auf Schwert wechseln. Nach oben, genau. Und gleich wieder nach links war das, glaube ich. Jo. Hüpf, hüpf. Und komm, stirb, stirb, stirb. So frohenderweise einfach weiterlaufen. Und da rein. Ist hier noch ein Secret? Ne. Ok. Hops. Uh. Ok. Das sieht ganz schön anders aus. Oh. Die Lava sollten aber wohl nicht fallen. Oh. Ok. Also das ist eine richtige... Ah, ok. Äh. Oh. 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 Ähm. Ähm. Das ist nicht so schön. Das... Ah. Ah, die kann kaputt schauen. Ok. Uh. Ja, ja. Platz ruhig. Ist mir egal. So. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Und da haben wir unser erstes Problem. Hallo. Sechs. Zack. Nein. Ok. Nun rein. Euch alle töten. So. Und gleich im nächsten Raum einfach einen Ticken schneller sein, bevor die ganzen komischen Kugeln an der Blumen kommen. Wir müssen ja auch nicht alle Gegner umbringen. Das ist nur so ein Zweck. Mhm. Vielleicht sollten wir auch nicht schneller durchlaufen, denn runterfallen ist nicht so toll. So. Ein Rubin. Den nehme ich mit. So. So. Weit. Alles gut. Gut. Schleim. Okay. Ah, 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 ah. Schön vorsichtig. Du nicht. Nicht mit mir, Junge. So. Okay. Du. Nicht Feuerball. Gott verdammt mich. Frost. Dingenswurmens. So. Du auch. So. So. Jetzt rüberspringen. Dich einfrosten. Dich einfrosten. So. Äh. Blau. Blau. Schauen wir eigentlich immer wieder auf. Und scheint nicht. Jedenfalls nicht allzu früh. Und ich glaube, ich bringe die jetzt nicht alle um. Weil das kostet doch viel zu viel grüne Essenz. Und wenn es hier einen Boss gibt, dann brauchen wir bestimmt jede Menge Essenzen für den Boss. Oh. Äh. 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 Oh. Okay. Null. So. Wir sollten mal F2. Nein. F3. Regenerationstrang war. Zwei. Flup. Genau. So. F1 zurück. Darauf. Komm. Geh nach links. Du bist nicht mehr da. Genau. Du. Friere. Friere. Tod. So. Hier rauf. Darauf. Können wir auch einfach so töten. Oh. Die können wir auch einfach so töten. Dauert zwar ganz schön lange, aber hey. Es geht. So. Dich auch töten. Das sind echt verdammt viele. Äh. Oh. Okay. Acht. Piu. 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 Dich lassen wir da unten. So. Hier passiert doch bestimmt gleich irgendwas. Genau. Dich habe ich da oben nämlich gar nicht gesehen. Was wahrscheinlich der Sinn des ganzen ist. Piu. Piu. Oh, genau zum falschen Moment gesprungen. Und da hinten versteckt sich noch einer. Nächstes Mal sehe ich dich. Piu, piu. So. Rüber. 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 Und da unten ist ein Gegner. Also ein Bossgegner. Heiltrank. Rüber. No. So. Ich lege mich behalten den Stab gleich in der Hand. Und Sera will uns warnen. Warte. Was ist los? Bevor du Draconeus herbeirufst, lass mir dir ein Rat geben. Benutze Eismagie. Du hast Angst, oder? Komm schon, was kannst du mir sagen? Die Kraft seiner Angriffe wird dich zurückwerfen. Vermeide es nah an Abgründen zu stehen, um nicht die Lave zu fangen. Suche Schutz vor seinem Feuer unter einem festen Dach und zögere nicht Heiltränke einzusetzen, um die Verbrennung zu heilen. Mehr noch, Draconeus greift immer aus der Luft an, nutze also Frostmagie oder Bögen gegen ihn. Und das Wichtigste ist, dein Leben ist in Gefahr. Ist dein Leben in Gefahr, teleportier dich in die Burg. Wow Zera, danke für all die Ratschläge. Ich will nicht sterben. Wird's hässlich, werde ich mich zurück teleportieren. Und nun, go, 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 go. Hätten noch ok, 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 hinschreiben sollen. Aber ja, Shift 1 ist Notfalltaste. Wir benutzen noch den hier, Schnelltaste zuordnen, 9. Und den hier, Schnelltaste zuordnen, 7. Okay, gucken wir mal. So, also Tab, anvisieren, einfach Piu, 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 Piu. Da bist du ja. Komm, warum kann ich dich nicht anvisieren? Achso, ich sollte erstmal, wow. Äh, 8. Anvisieren, Piu, Piu, Piu. Mach mal zum Geier. Ja. 8. Ah, ok. Piu, 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 Piu. Okay, Heiltrank. Wow, 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 wow. 7. Äh, 8. 8. Komm, wähl an. Wähl das doofe Ziel an. Warum kann ich nicht... Das ist jetzt sehr ärgerlich. So. Aha. Komm, 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 komm. Ja, nee, so wird das nix. Jetzt kommt der gleich angeflogen, wir sind tot. Jo. Also ja, irgendwas mache ich mit dem Targeting falsch. Ich konnte ihn die ganze Zeit nicht anwählen. Wir müssen den ganzen Weg jetzt nochmal machen. Och, komm, schon. Hätte wahrscheinlich echt eine Haut teleportieren sollen. Aber gut, ich versuche das Ganze mal. So gut es geht hinter mich zu bringen. Ohne Lava zu fallen. Ohne auf den komischen Wellen zerfetzt zu werden. Äh, ähm, oder auch nicht. So. Tod, tot, tot, tot. Wir finden immer wieder Rubine. Die wir aber immer wieder verlieren, aber wir sterben. Das ist ein bisschen frustrierend. So, darauf. Gleich kommen die Bälle. Nicht versuchen, an Bällen vorbeizuspringen. Das hat eben auch nicht geklappt. Und... Genau, einfach warten, bis die explodieren. Kugeln ausweichen. Und sterben. Vielleicht mit mir mit dem Bogen arbeiten. Das wäre echt mal so eine Idee. Wobei wir nur 14 Pfeile haben. Däh. Ja, Bogen holen wäre eine Idee. Also Pfeile holen wäre eine Idee. Aber ich denke mal, wir haben genug Froststäbe eigentlich, um ihn zu töten. Also den Boss. Das Problem ist nur das Anvisieren. Vielleicht war... Vielleicht war er einfach nur zu steil. Also wir können ja nur 45 Grad schießen. Das würde wohl einfach zu steil gewesen sein. So, du tot. Du tot. Dich lassen wir explodieren. Dein Kumpel auch. Oh. So. Du bist explodiert. So, lauf, 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 lauf. Jetzt kommen die ganzen Feuerelementare. Genau, du. Wo ist mein Zauberstab? Da. Pew, pew. Pew, pew. Den unten ignorieren wir. So. Kein Kumpel-Town. So. Zurück zum Zauberstab. Pew, pew. Dich ignorieren wir. Dich ignorieren wir. Dich, da können wir nicht ignorieren. Oh. Den da oben. Auch nicht, aber da können wir nicht ran. So, du geh mal bitte zurück. Genau. Das war so, dass du uns nicht mehr umschubst kannst. Zack. Oh. Zack. Zurück zum Zauberstab. Pew, pew. Und pew, pew. Und pew, pew. Und den Zauberstab sollten wir jetzt erstmal nicht mehr benutzen. Du. Schnelltaste zuordnen. Acht. Damit wir wieder volle 20 Ladungen haben. Hier können wir jetzt nach und nach kaputt haben. Und dann müsste eigentlich schon gleich der Boss kommen, oder? Ne, hier kamen die Helmchen erstmal. Genau. So, das war Nummer 1. Da ist Nummer 2, die ich noch nicht anwählen kann, weil er zu weit weg ist. Ah, okay. Das könnte auch das Problemchen bei dem Boss gewesen sein. Er war einfach... Au. Er war einfach zu weit weg. Oh. Das war jetzt nicht schön. F3. Ach, genau, als ich uns trank. Schnell, 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 schnell. So. Können wir den stacken? Nein, können wir nicht. Das war gerade Verschwendung. Okay. Aber wieder was dazugelernt ist auch okay. Dann trinken wir mal die einfache Heiltränke. Flop. Und da ist der Boss. Klicken wir jetzt mal den ganzen Text durch. Warte. So. Go, go, go. Ne, nicht wirklich. Erstmal F1 zurück. I. Den Regenerationstrank. Schnelltaste zuordnen. 9. Und den großen Heiltrank. Schnelltaste zuordnen. 7. Was haben wir noch so? Nahkampfmeisterschaft, Bogenmeisterschaft, Nahkampfschutz. Roll der Ausleuchtung. Oka-Stärke. Geisterform. Geisterform könnte uns helfen, wenn er diese Anflugphase hat. Dich machen wir mal auf 4. Gucken wir mal, ob ich mir das merken kann. Okay, und einen kleinen Heiltrank noch für den letzten Pfitzelchen. So. Stab in die Hand. Töten. Gucken wir mal, ob hier ein guter Platz ist. Ja. Ähm. Sehr, sehr schick. Ähm. Wow. Oh, Heiltrank, 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 Heiltrank. Nein. Okay, aber es ist machbar. Ich war nur... Oh, wir können früher anfangen. Das ist doch mal sehr schön. Dann werden wir jetzt immer noch diese doofen Helmchen da, aber... So. Oh. Also ich habe mich eben nur... Ha, ha, ha. Verklickt. Ich wollte eigentlich... Einen großen Heiltrank trinken und nicht den Regenerationstrank. Aber ja, da oben stehen, wo wir vorhin standen, scheint echt die beste Taktik zu sein. Können wir ihm direkt einfach ohne zu zielen auf den Kopf ballern. So, warte. Was ist los? So. Ok, ok, ok. Also, kleiner Heiltrank. Äh. Dich auswählen. Und ich gehe einfach gleich auf den Tab hier. Und benutze von hier aus die Tränke. Das ist, glaube ich, einfacher. Okay, ok, 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 ok. Klick. So. Hoch. Hoch. Äh. Hier oder ein weiter hoch? Ein weiter hoch, ne? Nein. Ja. Haha. Oh, ich habe keine Dinge jetzt mehr. Äh. Null. Komm, gib mir ein Ziel, gib mir ein Ziel. Äh. Und komm nicht. Oh, warte mal. Sehr schön. Haha, es klappt. So, jetzt komm, komm weiter runter. Das ist nicht runden. Ja, au, 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 auch nicht in die Lava. Ok, kurz zu den Tränken wechseln. Zwei. Und. Fünf. Und, äh, ok. Jetzt müsste er wieder angeflogen kommen. Gehen wir uns hier hin. Kommt er oben, wir springen runter. Ja, das macht das Ganze gleich wesentlich einfacher. So, da hoch. Wo ist dein Kopf? Da ist dein Kopf. Oh, genau, reingesprungen. Jo. Äh, 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 Tränke. Sieben ist ein Heiltrank. Fünf ist ein Heiltrank. Vier ist Regenerationstrank. Fünf ist nur noch ein Heiltrank. Und jetzt müssen wir schnell nach oben, bevor... Ja, an die falsche Stelle kommt. Äh, vier ist Heiltrank. So, wir brauchen acht... Ne, gar nicht. Wir brauchen F2. Wir brauchen null den Froststab. Oh, ist der Stab alle? Mist, der Stab ist alle. Okay, acht. So, okay. Flugphase. Komm her, komm her, komm her, komm her. So, und den Rest noch mit dem Bogen. Dich haben wir gleich, du Saftsack. Piu. 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 Genau. Jetzt musst du in die Lava fallen und als Skelett nochmal auftauchen. Ja, nimm das. Ich habe alleine einen Drachen getötet. Hast du das gesehen, Sarah? Wenn ich ein Herz hätte, hätte es wohl aufgehört zu schlagen. Hab ich dir Angst gemacht, oder was? Ich sagte dir doch, dass du mir trauen kannst. Okay, am Anfang hatte ich Angst, als dieser großen Haufe Echse aufgetaucht ist. Aber als ich dann... Auf was zur Hölle wartest du denn noch? Okay, okay. Lass mich den Schlüssel und die Münzen nehmen und dann gehen wir aber zurück. Musst du wohl ein bisschen auch prallen dürfen, oder? So, 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 so. Schlüssel der Gärten. Und wir verbrennen, während dieses dode Textfeld da ist. Okay, ähm... Shift 1. Äh, Shift... Achso, Shift 1. Und speichern. Okay, und in der nächsten Folge geht es auf zu den Gärten. Dann bis gleich. Okay, und in der nächsten Folge geht es auf den Gärten.